Bist du bereit? Fein, nicht lachen. Aha. Die Regeln sind ganz einfach, okay? Du hast gerade 500 Euro auf deinem Konto. Jedes Mal, wenn du lachst, wird es 100 Euro abgezogen. Ich krieg 500 Euro, wenn ich nicht lach. Wenn du nicht lachst. Ja, ich darf lachen. Du darfst nicht lachen. Okay, das ist geil. Ja, bin dabei. Bist du bereit? Ja, okay, let's go. Warte, ich mach leiser. Oh, sorry. Warte, ganz kurz, aber. Darf ich grinsen? Anfangs ja, aber wenn du nicht lachst, gar nicht, dann nicht mehr. Dann darfst du auch nicht mehr grinsen. Das ist eigentlich so unfair, weil ich lach immer. Ich werde alles Geld verlieren, 100 Prozent, Junge. Nein, nein, alles gut. Nicht lachen, denk dran. Irgendwie auch eklig, ich weiß nicht. Du darfst lachen, oder was? Ich darf lachen, ja klar. Ich habe nichts zu verlieren. Also ehrlich, ich könnte Geld verlieren. Ich muss zum Lachen halt bringen. Es sind wirklich Jungs manchmal, ne? Oh. Oha. Okay, das war strong. Ich hoffe, du hast nicht gelacht. Was? Nein, ich werde niemals lachen. Okay, nee, das wäre assi gewesen. Alles gut, Mann. Ja, okay, ich wollte immer... Okay. Great job. Great job, okay. Oha, guck mal, der steckt da oben fest. Oh mein. Das ist keine Bestmache. Oh, das... Madeira. Klassische Madeira. Das ist das... Warum klaut er sich ne C-i? Ich weiß es nicht. Was ist das? Ich weiß es nicht. Katze voll verwirrt. Okay, aber nochmal ganz kurz. Ich grinse schon sehr doll. Das ist aber noch okay, oder? Ich stelle es mir gerade ganz kurz vor. Warte. Oh, weiß ich nicht. Okay, komm. Ab jetzt mache ich euch auch ohne Grinsen, okay? Ohne Grinsen jetzt. Okay. Ich weiß nicht, ob... Ey, das ist voll... Ey, das ist voll smart. Warum? Ich weiß nicht, aber das ist voll geil. Oha. Okay, das war jetzt einfach. Das war... Ich werde mal den Clip noch mal ganz kurz angucken. Was war das? Ich weiß es nicht. Was hat der genommen? Hahahaha. Der Bull. Auf einmal. Stell dir vor, du bist im Zoo. Da war einmal. Siehst du das? Okay. Beruhig dich. Alles gut, beruhig dich. Alles gut. Du hast nur noch 400 Euro auf deinem Konto. Alles gut. Okay, okay, easy. Die werden mitgenommen. Oh. Oh. Bro, jetzt ist... Warte, lass schon wieder. Er lässt fallen. Oh. Hey, Mann. Guck mal, weißt du... Das Problem bei mir ist, wenn ich einmal lachen muss, dann bin ich in so einer Grundlachstimmung. Weißt du, wie ich meine? Ja, aber ist ja gut für mich eigentlich. Ey, 200 Euro habe ich jetzt verspielt. Wegen einem Affen, der so macht. Ja, und den danach auch noch. Der was fallen lässt oder nicht? Okay, warte kurz, ich muss an irgendwas trauriges denken. Okay. Denk an meine Geburt. Äh, wir machen weiter. Let's go. Männer. So, I was washing my books and I remember this is in my house. Kann mal passieren. Passiert die Besten. Ah. Digga, warum was ich denn bei so was lachen? Was ist denn hier? Warte, du musst schon wieder lachen. Ey, Mann. Wir gucken jetzt 30 Sekunden oder so. Warum wird dieser Donut auf einmal mit Hyperschein-Geschönlichkeit? Keine Ahnung, für mich war es auch voll normal. Ich habe sowas schon erwartet. Warte, ich will doch mal kurz gucken. Guck mal, was ist das für eine Logik? Was ist das? Und pfff, uiing. Okay, komm. Ey. Okay. Dreimal habe ich jetzt schon gelacht. Ich darf noch zweimal lachen. Also, ne, ich darf nicht noch zweimal lachen. Die zweimal, ich save mir die jetzt. Die haben 500 Dollar für eine Katzentür ausgegeben. So, ja, okay, mach. Okay, okay, let's go. 500 Dollar, die hätte ich auch gern. Ich glaube, die wurde falsch rum. Ja, doch, doch. Ja, die ist, glaube ich, falsch rum. Alles gut. Oh, ja, ich habe gepasst. Oh. Brr. Klub. Oha. Hä? Oha, voll gut. Die guckt aber voll sauber. Die ist voll genervt. Ja, normal. Die will auf Toilette gewirkt gefilmt. Äh. Ohohohohoho. Ähm. Warte mal. Ich weiß ja nicht so ganz. Warum trinkt der da genüssig seinen Kakao? Der war schon gottlos gerade. Der war sehr gottlos. Hä? Achso, das ist ein Wasserschlauch. Boah, das war instant Karma. Das war mies Karma. Das war wirklich Karma. Okay, er zahlt. Okay. Er soll bezahlen. Okay, kontaktlos bezahlen. Oha. 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 Trick 17. Alter. Warte mal. Nee, nee, nee. Man muss doch aktivieren, oder nicht? Nee, nicht immer. Bei nicht so hohen Zahlungen geht es automatisch. Echt jetzt? Ich werde es ausprobieren, wenn wir uns mal in Reelife sehen. So ein Ding wird das. Oh, achso. Ja, okay. Ich habe es halt nicht auf dem Handy. Ich werde es rausfinden. Keine Sorge. Okay. So. Was war es mit dem roten Teppich? Da ist er erst mal weg. Was ist das denn? Das ist eine Zapfsäule. Ich weiß jetzt nicht, ob man den noch essen kann. Nee, ich glaube nicht. Oh. Warte mal. Oder ob. Oder ob. Ich glaube, der Bro ist in der falschen Matrix, oder? Warte mal. Ich wusste gerade wegen dem Milchding einmal kostenlos. Echt jetzt? Ja, das war schon sehr. Das hat dich jetzt gerade schon ein bisschen so getriggert auf lustig. Ja, das war sehr amüsant, sagen wir es mal so. Okay, okay. Okay, aber ich mache weiter mit dem Bruder, der hier falsch wurde. Ja, mach weiter. Aha, okay. Boah, so viel Kaugummi. Voll eklig, Digga. Oh, es geht hier? Warum hat der die Mikrowelle auf den Kopf? Ich check's nicht. Warum hat der die Mikrowelle auf den Kopf? Let's go, Mann. Ich verstehe nur Bahnhof, Mann. Ich glaube, das ist Französisch. Ich glaube, es ist Französisch. Ich glaube, es ist German Pemexi. Skype, Skype. Deutsch. Er macht einfach die FaceTime-Geräusche, Mann. Wow, Prominenz. Hä? Boah, war das schlecht. Boah, war der schlecht. Digga, ich habe wirklich gar nicht gecheckt gerade. Er hat die ganze Zeit so getan, als würde er fotografiert werden. Hat so Hallo gesagt, dies, das. Dabei haben die einfach nur irgendwas geschweißt. Und da kommt doch immer Feuer und Strahlen. Oh mein, Digga. Das ist so schlecht, wirklich. Heute ist wieder kein so guter Tag. Ich merke das schon. Okay, komm. Boah, das Trampolin ist feder, glaube ich. Das sind Endgegner-Clips. Ich weiß nicht, mein Humor ist einfach das. Aber ich zieh durch. Du schaffst das. Mit einem richtigen Untertitel oder so wäre es doch besser. So ein Kontext dazu. Warum ist das auch so lustig? Oha, ein Dieb. Mission Failed. Oh, wie süß. Er schläft einfach da, weil es kühler ist als draußen. Der escapt einfach. No way. Robota, sie entkommen. Als ob. Robi, wie ist das? Ja, stell vor, dass so ein Hund zu Hause. Hoi, noin. Aber auch wohl süß. Er geht einfach baden und spielt mal. Aber das ist schon süß, sage ich ehrlich. Ja. Junge, die arme Katze. Mach doch nicht den, Junge. Willi, suck my dick. Okay. Würdest du? Nein. Nein, ich auch nicht. Nein, nein, ich würde. Also, wenn du würdest, würde ich auch. Aber ja, okay, ich habe es verstanden. Okay. Das ist nicht supposed to. Ich weiß, was ist wrong mit dem. Ich habe es gar nicht verstanden. Oha, was macht der da rum? Oh mein Gott. Oh, wie gefährlich. Hä? Wann mal. Einfach nochmal. Ja, warum nicht? War auch süß. Okay, der neue VW Multivan. Alter. Strong. Ähm. Volkswagen. Das ist doch so. Ist das ein Spiegel? Ja, guck mal, wie er frontet, Junge. Das ist dein Vater, was. Der sah auch so echt so aus. Hart. Der war hart. Bewegt sich das gerade weg? Das Haus bewegt sich. Das war es dann wohl, ne? Oh, ne, nicht Katzenclips. Was hat dir die Lampe getan? Was denkt sich eine Katze? Oh, die muss ich mir jetzt holen. Die mache ich kaputt. Die muss ich jetzt auch mal kaputt machen. Was? Oha. Oha. Er spielt Clash of Clans in der Uni. Oha, er versucht zu flirten. Ich glaube, er flirtet mit mir, ja. Es hat gut geklappt. Jeder BMW-Fahrer. Es ist so real, Junge. Ich kann nicht relaten, ich habe keinen Autoführerschein. Junge, er schubst ihn einfach an. Zack. Das Batman? Man, ich habe schon wieder gelacht, Mann. Junge, warum ist da Batman auf Toilette? Es macht keinen Sinn, Junge. Es muss ja nicht Sinn ergeben. Seit wann ergibt das Leben schon Sinn. Warum ist Batman da aufgelogen? Okay, einen habe ich noch. Ich habe noch 100 Euro. Die darf ich jetzt aber nicht auch noch verlieren, Mann. Wie lange haben wir eigentlich noch? Gibt es noch zwei Minuten? Noch zwei Minuten. Okay, okay. Also, ich würde mal ganz kurz anmerken. Mhm. Du bist von allen Kandidaten, die ich bis jetzt je da hatte, der Schlechteste. Hey, danke. Und ich weiß genau, die 100 Euro wollte ich auch noch verlieren, Mann. Alles gut. Das ist aber auch die falsche Challenge mit mir zu machen. Deswegen habe ich das mit dir gemacht, weil ich sonst noch mal Minus gemacht habe. Ja, der darf sich heute mal Geld sichern, ne? Aber 100 Euro wirst du noch los, glaub mir. Okay, komm, ich zeig's dir jetzt. Okay. Der ist wack. Geht. Außer es passiert was Unerwartetes. Alter, Witze. Eheh. Åh pc. Yo, der wird die Nische gewöίζert. Oha! Oha! Jogi, was war das denn? Amogus! 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 Jogi, jetzt kommt irgendwas so dummes mit sicherheit. Es ist halt so gigawatt. Oh shit! Ist der letzte glaube ich. Hä? Ich habe es nicht gecheckt, aber... Boah, der war sehr schlecht, Junge. Okay, Leute, das war es mit dem Nicht-Lachen. Du hast 100 Euro gewonnen. Wohin sollen die 100 Euro gehen? In deinem Pop-Money oder zu wem anders? Ich würde sagen, mach eine Amazon Gift Card raus und verlos die unter der Zuschauer. An alle, die liken, kommt hier irgendwie sowas. Perfekt! Ja, perfekt, super, das war es. Schaut gerne bei Vivo vorbei. Link dazu in der Videobeschreibung. Hau euch ganz lieb und bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao, ciao!